Bierproduktionsetablierung auf meiner zweiten großen Insel, dann noch das Herstellen der zweiten Schiffswerft und das Ausbauen auf die Handwerkerstufe. Das alles werdet ihr in dieser Folge sehen. Willkommen bei Family Madness. Hallo. Ja, wieder dabei natürlich Wise Cheese zusammen mit mir, der guten Ute. Darum wird es heute gehen. Ich habe schon Mehl rausgeschmissen aus der Handelsroute und habe dafür jetzt das bisschen Überbleibsel an Getreide, was wir haben, hier auf unserer Hauptinsel, reingeschmissen in die Handelsroute und versuche damit, ja, eine Bierproduktion zu etablieren auf dieser zweiten Insel. Ich bin gespannt, ob es klappt. Ich sehe halt schon, Getreide nimmt ganz gut gerade zu, hat einen Wert von plus zwei. Brot bleibt auch bisher stabil. Und ja, ich hoffe, dass mein Plan aufgeht, weil ich habe leider keine weiteren Inseln mehr, wo ich Getreide herstellen könnte. Es sei denn natürlich, ich finde per Zufall mal bei einem der Fraktionshändler das Getreidesaat. Ich habe es noch nie ausprobiert. Vielleicht würde das auch ungemein helfen, hat aber gerade keiner im Petto und ich sehe es auch nicht, einen da diese zigtausend Münzen zu bezahlen. Das kann man einmal machen, vielleicht auch ein zweites Mal, aber dann ist es auch gut, weil sonst wird das einfach viel zu teuer. Ja, weil halt pro, äh, pro Klick wird das immer teurer von den Münzen her, aber das geht auch nach einer Weile halt wieder runter. Muss man halt dann immer ein bisschen abwarten. Und, ja, da möchte ich dann mal gucken, ob das jetzt so geht. Jetzt fehlt es hier an Waren, bei den Metzgereien. Das liegt bestimmt daran, dass die alle eine größere Produktivität haben. Ja, Wurstware nehmen zu, 6 plus zu, wunderbar. Ähm, da können wir aber Arbeitskräfte einsparen, indem wir die Sachen nochmal abreißen. Jetzt will ich einfach mal 3 erstmal wegnehmen. Das liegt halt an dem Boost, den wir haben. Wir haben hier so ein episches Item drin, was die Produktivität um 40% steigert. Das bedeutet natürlich auch im Umkehrschluss wieder, dass wir dort Arbeitskräfte sparen können. Ist denn das erste Getreide jetzt schon angekommen? Ne, es ist noch nicht da. Sieht man schon ein Schiff am Horizont? Ist auch noch keins zu sehen. Oh, was ist denn hier in der Mitte eigentlich schon wieder los? Ist ja schon wieder eine Piratenarmada unterwegs, gerade zu deiner Hauptinsel. Richtung deiner Hauptinsel. Das sind jetzt alles keine großen Schiffe, aber es sind ein paar. Falls du das siehst. Soll er nur kommen? Soll er kommen? What? Meine Geschütztürme warten. Och, nö. Wo ist meine Polizeistation? Das ist er. Er dreht direkt um. Das erste Schiff kommt um die Kurve, sieht die Geschütztürme, dreht um. Guck die nächsten an. Guckst du dir an? Die kommt? Ja. Och, nö. Och, nö. Ist da was? Was dreht denn da noch? Nö. Die sehen die Geschütztürmer und haben keine Lust mehr. Ja, das sind halt Piraten, ne? Gefahr. Gefahr. Wie sie alle an der Selbststelle umdrehen, sobald sie die Geschütztürme sehen. Wunderbar. So lobe ich mir. So, hier staut es sich gerade ein bisschen an meinem Haar. Ah, wunderbar. Toto, meine Fregatte, hat Getreide und Mehl geladen. Warum hat sie eigentlich beides? Ich habe ihr eigentlich nur gesagt Getreide. Aber gut, vielleicht würzt sie das dann... Vielleicht würzt sie es nicht mehr aus. Ja. Ein bisschen was sie noch hat an Mehl. Aber dann lass es doch hier. Das ist doch die Idee. Fahr mal hierher zurück. Und lass mal das Mehl hier. Wir haben gerade eh nicht so viel. Und jetzt kannst du... Deine Fahrt wieder aufnehmen. Auf die alte Dame ist Verlass. Star-Tor. Und dann müsst ihr ja demnächst Getreide ankommen. So, was können wir zwischenzeitlich noch machen? Wir können... Für die Bierproduktion... Könnten wir hier eigentlich eine Melzerei hinstellen. Dann bräuchten wir aber auch wieder Hopfen, was wir mitnehmen. Dann werde ich also das auch noch einrichten. Wie viele Hopfen haben wir denn jetzt hier eigentlich in der Hauptstadt auf Lager? Gucken wir gleich mal. Wir haben ja die Produktion auch da ein bisschen erweitert gehabt. Entsprechend sollte es eigentlich hochgehen. Ja, nehmt zu. 34 Tonnen an Hopfen. Gelagert wird hier momentan gerade 5. Und hier auf der Paprika-Insel... War hier auch noch Hopfen möglich? Nee. Hier habe ich Jagdgründe. Ui. Die Jagdgründe sind dann natürlich für die Pelze wieder super. Ach hier. Ich kann ja auf meiner Insel hier den eigenen Hopfen herstellen. Das ist ja noch besser. Brauche ich wirklich nur eine Melzerei hier bauen. Und dann halt... Fürs Bier. Die Morgengabe wird wieder angegriffen von... Ein paar kleinsten Schiffe. Vom Türkisen. Aber da hat er schlechte Karten. Hopp, 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 hopp. Jetzt will er mich mit seiner... Halb zerstörten Fregatte angreifen. Was ist denn? Neue Befehle? Ich denke mal, da wird doch hoffentlich gleich mein... Linienschiff auch mal feuern. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Oder die Fregatte stellt einfach das Feuer ein. Das tritt sich natürlich noch besser. Ja, genau. Komm mal schön zu meinem Hafen. Na komm. Na komm. Gleich bist du da. Gleich bist du in Schuss. Ah, dann dreht er ab. Ha, 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 ha. Schiff und Dettel. Ich habe mir nochmal eine schöne Breitseite mitgegeben. Spielstand gespeichert. Was hat die eigentlich jetzt hier gelagert? Ach ja, das ist... Ziegel und Stahl. Gut, dann werden wir mal anfangen, das Bier hier zu etablieren. Wir brauchen dazu Hopfenplantagen. Hier haben wir noch super viel Platz. Das können wir also nutzen. Dann würde ich sagen, gleich einen Weg... Am besten hier hinsetzen. Ah, da könnten wir auch nochmal ein Gebäude verschieben. Beispielsweise dieses hier. Jetzt nehmen wir mal an die Stelle. Da kommen wir nämlich besser hier durch. Einen geraden schönen Weg hier rüber. Dass man auf das Optimalste herausschlagen kann. Oh, dann ist es noch so viel Platz hier. Ja, zum Beispiel so. Wunderbar, da haben wir schon die Ersten. Nehmen gleich das Nächste. Zwei werden wir mit Sicherheit brauchen. Und dann müssen wir mal gucken, wie... Wie es denn arbeitet. Können sie nämlich schon mal anfangen hier. Jetzt haben wir ein paar Bauern zu wenig. Sorgen wir nochmal für einen Schwung an Bauern. 1, 2, 3, 4. Wann hast du jetzt 4? Ne, das sind nur 3. Ich würde gerne 4 haben wollen. Ja. Ich habe den Weg vergessen. Egal. Kann man... Gott sei Dank ja recht schnell wieder abreißen. Weg hier. Ein Hoch auf dem Blueprint-Modus. So spart man sich echt Kosten. Vor allem halt auf schwer, weil du nichts erstattet kriegst. Könnte sogar... Ich bin mir gar nicht sicher. Ähm... Müssen wir eigentlich draufzahlen, wenn wir was abreißen? Weißt du das zufällig? Ja, falls du übrigens da bist, ne? Du bist gerade nicht zu hören, ne? Weiß ist wahrscheinlich gerade schwer beschäftigt da mit seiner Insel. So, den Weg haben wir. 1, 2. 4. So, dann haben wir nämlich auch schon mal wieder noch ein paar Arbeiter mehr, um das zu garantieren. Ausbauen. Fertig. Jetzt wandern sie ja sowieso zu. Wie sieht das denn aus mit den allgemeinen Bedürfnissen? Ganz gut soweit. Ja, Kleidung ist auch mehr als genug da. Aber jetzt reicht der Weg nicht aus bis zum Lagerhaus. Können wir dem aber Abhilfe schaffen mit Wegen, mit geplasterten Wegen. Damit ist die Range nämlich wesentlich größer. Das Schiff ist unter Beschuss. Wir gucken gleich. Welches denn? Oh! Nö, das... Mein Klipper geht gleich kaputt. Das ist aber nicht nett. Aber zum Glück ist er gleich... Ist er gleich da. Bei meiner Hauptinsel. Es werden immer mehr Piraten hier. Wir müssten eigentlich auch mal irgendwann ausdünnen, glaube ich. Das geht so nicht weiter. Ah, gut. Ich hätte hier gerne auf der Hauptinsel ein paar... Ein paar Arbeiter mehr. Gehen wir also mal ein bisschen zurück. Weil sonst ist nämlich die Schiffsproduktion so langsam. Und zwar genau so. Macht natürlich wieder weniger Einnahmen aus. Aber zum Wohle der Schiffsproduktion, denke ich, ist das okay. Außerdem möchte ich ja hier auch noch jetzt einen zweiten Hafen etablieren. Eine Segelwerft. Hier. Kann ich sie mir leisten? Ich kann sie mir leisten. Aber dicke. Ja. Setze ich hier hin. Können wir auch gleich... Ausbauen. Können wir hier schon andere Schiffe produzieren? Können wir nicht, weil wir keine Segel haben. Aber Segel können wir mit Sicherheit auch hierher liefern. Hier haben wir denn auf unserer Hauptinsel über ein Segel. Oh, 250 voll. Gut. Ist also machbar. Gucken wir nochmal, ob ich hier ein Schiff habe. Ne. Das Schiff war voll. Ne. Mit vier Sachen, ja. Also das nicht. Dann... Nehme ich doch dieses Schiff hier, die Morgengabe. Die wäre nämlich dafür ziemlich gut geeignet, denn die hat gerade so mega viel Ziegel, die ich jetzt schon gar nicht mehr brauche, dass doch das Schiff einfach liefern kann. Wo ist sie denn gerade auf der Route eigentlich? Kann man das sehen? Condor. Schluckspecht. Morgengabe. Ach, die ist hier. Gut, dann könnte ich ja auch... Das gleich machen. Müsste ja demnächst ankommen. Mehr als bereit. Achso. Trotzdem muss ich natürlich auch bei der Route das einstellen, dass es einmal weniger sein soll. Denn hier soll beladen werden... Segel! Ah, da kommt sie. Gut, hat sogar gerade keine Ziegel geladen, weil ich nochmal ein bisschen was gebaut hatte. Es brennt! Ah, da bist du ja wieder. Es brennt! Ich hab dich eine Weile nicht gehört. Ja? Jetzt musst du mal ein bisschen optimieren, weil ich was konzentriert. Achso. Es brennt trotzdem in der Hauptstadt. Wieder mal. Wieder mal. Wunderbar. Ich hab jetzt meine zweite Segelwerft errichtet. Ja, und wenn dann irgendwann mal demnächst das Segel eintrifft, kann ich da auch noch zusätzliche Linien Schiffe bauen. Ist das nicht wunderbar? Das ist wunderbar. Nein. Nein. Getreide ist auch da. Dann können wir jetzt die Melzerei errichten. Genau. Gut. Wo setzen wir die hin hier? Ach, die kann auch hier. Ich glaub, eine war ja ausreichend. Gucken wir mal rauf. Eine. Ja, eine reicht dicke. Und dann können wir die Bierproduktion starten. Bier! Bier wollen die Leute! Ich will hopfen, ist jetzt schon mittlerweile hier eingelagert. Sieben Tonnen. Okay. Naja, wenn es erstmal anläuft, die Bierproduktion, dann sehen wir genauer, wie viel wir jetzt exakt benötigen. Mit Brot sind sie versorgt, mit Schnaps leider nicht, weil der Platz für Kartoffeln fehlt. Ist so traurig. Schiff unter Beschuss. Schon wieder ein Schiff angegriffen? Wieder ein Klipper? Ne, die Fregatte. Toto, die Fregatte wird angegriffen. Von einer Piratenfregatte. Ja, ähm, Weiß, findest du nicht auch, dass hier ganz schön viele Piraten zur Zeit rumfahren? Äh, ja. Ist doch schon nicht mehr feierlich, wie viel das hier sind. Achtung, Admiral anwesend. Aber ich merke kaum, also nur noch super wenig Widerstand von unseren beiden Erzfeinden. Zur Zeit werden meine Schiffe gut in Ruhe gelassen. Zum Glück. Ja, natürlich zum Glück. Zwei Häuser brennen nur noch. Hat ja auch Schweiß und Blut gekostet, ne? Ja. Das ist auf jeden Fall halt schon mal gut, das was wir hier an Inseln einnehmen konnten. Die Produktion startet. Ja, die Produktion ist gestartet. Und müsste das ja hier auch demnächst gleich aufwärts gehen. Bringt dann wieder einen guten Boost, weil 500er Bilanz ist mir zu wenig. Das lag halt super viel an diesem Fest, was hier in meiner Stadt war, dass das so krass war. Ja, und dann natürlich noch den Zeitungsboost. Der war natürlich auch noch dafür verantwortlich. Oh! Wir haben eigentlich in unserer Hauptstadt mittlerweile auch eine gute Schnapsproduktion. Das nimmt nämlich plus zwei zu. Dann könnte ich auch Schnaps liefern. Aber die sind, glaube ich, gerade alle voll. Nee, mehr Handtuch könnte ich nehmen, ne? Toto, genau. Hier. Wenn der nämlich noch von Hanberengel hier 50 Tonnen Schnaps liefert. Dann wäre da der Boost auch nochmal gegeben. Wunderbar. Es läuft doch. Es läuft. Aua, er versucht wieder einen kläglichen Angriff mit so einer Mini-Fregatte der Türkise. Puts, 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 puts. Und schuss. Da war es. Da ist er nicht weit gekommen. Können wir nochmal prüfen, ob der hier Gegner irgendwo Anteile gekauft hat von meinen Inseln. Aber hat er nicht. Das ist auch sehr gut so. Soll auch bitte so bleiben. Da. Das Bier nimmt zu. Werden wir auch sehen dann später, ob eine reicht. Bisher bleibt es halt nur auf stabil. Aber. Ansonsten. Ist alles da. Könnten wir in die nächste Stufe jetzt gehen. Stufe 4? Na, in die Handwerkerstufe jetzt. Meiner Zweitinsel. Ach so, in deiner Zweitinsel. Aha. Ne, die erste, die kann ich erstmal komplett knicken weiter auszubauen. Die wird auf dem Stand bleiben, weil da kriege ich auch gar nicht genug Kräfte, Arbeitskräfte hin. Aber die hier ist halt um einiges größer, die Insel. Und, weil ja die Hauptproduktion auf der Hauptinsel läuft, brauche ich hier nicht so viele Produktionsgebäude. Ja, ich bin auch schon bei überlegen, ob ich auf Grenze 2 umsteige. Weil einfach mehr Platz da ist. Ja. Ach, hier ist schon wieder ein blödes Linienschiff. Das ist schon wieder zu Ende kaputt ist. Ja los, kreuze meinen Weg. Ich mach dich mal kaputt. Bevor du mich hier noch nervst. Schießt! Macht sie nieder! Mal drauf, weißt du drauf? Ja, die paar Schiffe, die sie hier in der alten Welt haben, da kommen sie nicht weit. Ja. Zum Glück. Hup, 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 hup. So, und das war's mit seinem Linienschiff. Hat's noch was geladen gehabt? Ne, war komplett leer. Egal. Dann bringen wir hier mal das Linienschiff in die Nähe des Krans, damit's nochmal repariert wird. Die Bürger sind höchst zufrieden. Ja, dann können wir doch auch mal die nächste Stufe hier etablieren. Machen wir gleich mal hier die sechs Gebäude. Wunderbar. Dann haben wir nämlich schon die ersten Handwerker hier. Die brauchen jetzt natürlich Konsern. Das wird jetzt nochmal eine andere Hausmarke. Müssen wir mal gucken. Dazu brauchen wir Gulasch aus der Großküche. Haben wir das denn auf der Hauptinsel in Vorrat? Das ist der erste Blick. Gulasch nimmt zu, ist aber nicht großartig vorrätig. Allerdings habe ich so viele Fleischkonserven, dass ich einfach Fleischkonserven an meine Insel liefern kann. Gut. Wäre das auch geklärt. Können wir doch gleich hier noch bei Toto einlagern. 50 Stück und lädst du in Tuville aus. Dann brauchen wir uns darum auch erstmal nicht kümmern. Können wir nämlich gleich weiter gucken. Hm? Seife? Ist mir die Seife ausgegangen? Zuhause warten eh nur hungrige Mäule auf mich. Okay. Also wie sieht es denn aus Seife? Müsste doch trotzdem noch genug da sein, oder? Gucken wir mal nochmal nach. Ja. Ist mehr als genug. Das dauert also nur eine Weile, bis das hier hoch geht. Wir müssten ja jetzt auch die nächsten Handwerker einziehen. Es werden mehr. Können wir uns auch schon um die nächsten Sachen kümmern. Dann wäre hier die Nähmaschine. Nähmaschinen. Habe ich davon vielleicht auch sehr viel? Gucken wir mal. Ah, schön. Wenn man alles vorrätig hat, ist das wunderbar. Ja. Äh, Nähmaschinen. Ja. Habe ich auch alles vorrätig. Kann ich gleich das nächste Schiff einspannen. Was Nähmaschinen bringt. Gleich mal noch eine neue Route. Eine Handelsroute, genau. Hier. Von da. Nach da. Hm. Da nehmen wir die Frau Holle. So. Und die bringt nämlich die Nähmaschine. Frau Holle näht nämlich gerne, ne? Annehmen. Und hier entladen. Super. Da haben wir das auch eingerichtet. Tod. Oh! So, die Handwerker, die Konserven kommen, Nähmaschinen kommen, können wir uns ja gleich schon um das nächste kümmern. Die Varieté, brauchen die die eigentlich schon wahrscheinlich noch nicht, wa? Ne, da sind es noch nicht, nicht genügend Leute, die hier wohnen, können sie trotzdem schon mal platzieren, Brustoffe haben wir ja dazu, die könnte ich nämlich auch hier hinsetzen. Ja, und dann, würde ich sagen, gehen wir noch ein bisschen auf die Schiffsproduktion und dann wird es bald soweit sein, dass wir in die neue Welt endlich können. Das dauert jetzt schon so lange, lange haben wir es hinausgezögert, weil immer irgendwas war, irgendwas ist immer. Das wird schon, das wird schon, das wird schon. Wunschlos glücklich, leiste ich die beste Arbeit. Ja, und meine Bilanz steigt auch langsam wieder, jetzt sind wir wieder bei Prustausend, mit 6700 Einwohnern. Yay. Ja, so ist das doch wünschenswert, oder nicht? In der Tat, in der Tat. Ist denn ein Segel schon angekommen? Ja, die ersten Segel haben wir auch, das heißt... Ach, Kanonen fehlen uns natürlich noch. Wie viele Kanonen haben wir in der Hauptinsel? Erstmal immer da gucken, wie viele Kanonen sind vorrätig. Ach, die verkaufe ich sogar noch. Na gut, können wir ja auch den Verkauf erstmal einstellen. Und dann liefern wir... Kanonen. Einladen. Kanonen. Und da entladen. Kann ich nämlich an beiden Seiten... Produzieren. Schiff unter Beschuss. Die Maiblume, mein Schiff ist unterbeschussen wieder. Böse Piraten hier. Neue Befehle? Schiffe vom Stapel laufen. Zwei Linienschiffe und eine Fregatte fahren gerade hintereinander weg. Schiff unter Beschuss. Auf ihrer Route. Und sie sind nur zum Handeln da. Toll. Ja, finde ich gut. Das ist wie so ein... Klingt super viel. Wie so eine Verteidigung. Ein kleiner Verteidigungsgürtel. Ich bin dem gänzlich nicht abgeneigt. Mehr als bereit. Aber Beagle ist eine Fregatte, die fährt... Achtung, Admiral anwesend. Einem Schiff einfach nur hinterher. Könnte ich eigentlich auch erstmal abziehen. Haltet sie auf Kurs. Die brauchen erstmal keinen Schutz. Dann ist das Linienschiff Dorsch fertig geworden. Ja, dann habe ich schon wieder zwei Linienschiffe und eine Fregatte zur Verfügung für die neue Welt. Wunderbar. Das ist sehr gut. Okay, es fehlt an Mehl. Weil ich muss ja eine Mühle bauen, ne? Getreide 82. Bauen wir noch eine Mühle jetzt hier. Äh. Da. Mit der Mühle dann müssten die beiden Betriebe auch wieder funktionieren. Mich ist noch über ein Boot. 18 Tonnen. Okay. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Oh, die neue Zeitung ist da. Neben all den anderen Spitznamen haben wir begonnen, sie unseren Meister zu nennen. Dann werden wir doch nochmal unser Einkommen boosten. Booster. Möchte ich dem nicht widersprechen. Joa, veröffentlichen wir sie. Natürlich wissen sie, was das Beste ist. Och, schön. Einmal eine News verändert, ne? Und so geht das Einkommen von 300 auf 3000. Fake News. Ja. Aber ich habe Einfluss verdient. Mein Hafen wird angegriffen. Von wo? Ach so. Das ist alles okay. Ich kann mich meinem Städtebau widmen. Gott, wie viele Schiffe sind denn das hier schon wieder? Die treiben sich absolut gerne in deinen Gebässern rum da. Weil er halt dem Piratenhafen nahe ist. Ja, leider, 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 leider. Leider. Wie groß ist denn eigentlich? Wollen wir den nicht eigentlich zerstören gehen? Ich würde gerne, aber... Oh. Okay. Ich gucke mir gerade die Gebäude an von der... Von der Anne Harlow. Ja, von der Piratin. Na, suchst du eine Schwachstelle? Es gibt keine. Und dann sehe ich hier eine dicke Bär da. Ja. Ach, nö. Die hat sich gut ausgebaut. Definitiv. Boah, und dann sind wir... Auf dem Haupt... Haupthaus sind ja auch nochmal drei Kanonentürme drauf. Müsst du ja wahrscheinlich mit einer Armada einrücken. Äh, ja. Um die niederzumähen. Ich schätze mal, so wird es dann sein. So, super. Mehl wird produziert aus dem Getreide. Dann hoffe ich mal, dass Brot... Die Brotproduktion gleich wieder ein bisschen besser ist. Wir haben auf jeden Fall mehr als genug Wurst. Ja, ich produziere auch zum Glück mehr als genug. Mittlerweile. Glücklicherweise. Hat lange genug gedauert. Ja. Das stimmt wohl. Konserven müssten auch langsam ankommen. Mit nem Schiff. Frage ist jetzt nur mit welchen. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Welches Schiff liefert die Konserven? Die Toto, okay. Wo ist die denn gerade? Toto da. Hä? Ah. Toto holt gar keine Konserven, weil Toto noch drei... Drei Kanonen im Slot hat. Die muss er mal. Kein Wunder, dass das da nicht klappt. Tup, 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 tup. Hier. Drei, vier, fünf. Spielstand gespeichert. Segel setzen. Das ist ja ein schöner Hafen. Yeah, die Stadt ist attraktiver geworden. So, also, die haben wir rausgehauen. Und dann die Konserven. Und so. Jetzt kannst du weiterfahren. Jetzt haben wir das wieder ordentlich gerichtet. Sollte das gehen. Oh. So, wir werden mal weiter Linienschiffe bauen. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Und der Kanon-Typi. Die Frau Holle. Wohlgeistert die gerade oben. Die fährt gerade zum Haupthafen erst. Und holt. Kanon. Ja, ist doch schon ein reger Handel, ne? So, wir gucken uns mal deine Insel an. Was hat sich hier schon wieder Schönes getan? Ho. Wunderbar, wie schön im Blueprint-Modus die ganzen Gebäude hier schillern. La, la, la. Ja, schon mal alles vorgeplant, ne? Ja. Gucken, ob der Platz reicht. Und wenn man sie... Recht nicht. Es passt nicht. Hinten und vorne nicht. Für... Für dein Layout, was du dir gedacht hast? Ja. Tja, wir haben halt... Großere Inseln. Wir haben halt kleine Inseln, ne? Ja. Das passt hinten und vorne nicht. Ja, so ist das. Aber das kriegt man schon gebacken. Kriegt man schon hin. Ja. Auf jeden Fall. Ich hab halt auch so das Gefühl, umso schwieriger das ist, eingestellt halt auch ist, umso mehr musst du halt auch handeln. Äh, das sowieso. Mit Schiffen und allem sowas. Umso mehr hat das halt auch noch Bedeutung. Ich find's das gut. Kleine, übersichtliche Inseln. Ja. So, wir haben zwei Linienschiffe hier. Ich glaube, ein drittes ist gerade in Produktion. Niedlich. Ich hab immer noch meine fünf. Sind immer noch die, ne? Die sind noch nicht kaputt gegangen. Nee, die stehen da auch und bewachen meine Linien. Wunderbar. Der hat sich wirklich komplett aus dieser Welt irgendwie verzogen. Es kam schon lange kein Angriff mehr auf irgendeine Insel, oder? Vom Gelb? Oder Grün. Äh, Grün. Türkis. Äh, doch. Der hat vorhin aber gut meiner unteren Insel hier. Äh, meiner rechten Insel. Eingeteilt. Aber interessanterweise, deine Paprika-Insel, die ja nun doch... Doch, da war er auch schon wieder. Aber die hab ich halt etwas... Unterstützung erteilt. Ich werd einfach mal spaßenshalber in die neue Welt gucken. Gucken, was da so rumfährt. Hm. Mega viel fährt hier jetzt nicht mehr rum. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Ich glaube, wir haben die Gegner übel getroffen. Wurde ich mal so einschätzen. Äh, ja, das ist gut möglich. Also ich werd's hier. In der alten Welt, ja. In der alten Welt. Ja, aber das eine kann ohne die andere nicht so gut funktionieren, ne? Ja. Ist halt auch wieder so die Sache. Hm, hm, hm. Können wir ja einfach auch spaßeshalber mal gucken. Diplomatie. Sieht's denn gerade militärisch überhaupt bei uns aus? Hm. Oh, naja, gut. Admiral Vicente Silva hat immer noch ein bisschen mehr Militär als wir. Und zwar hat er 125. Wir haben 72. Zusammen? Ne, ich. Also du hast bescheinlich auch nochmal mehr. Naja, und Alonso hat 108 und ich 72. So, und wenn ich mir dein Militär angucke, Wise, dann hab ich 72 und du 55. Aber wirtschaftlich sind wir genau gleich. Nett. Aber die Piratenbraut ist militärisch schon uns unterlegen. Das ist... sehr gut. What? Streik in einer Ziegelei. Nö. Wie sie hier rummarschieren. Wo sind die Bullen, wenn man sie braucht? Ich glaub, sie sind zu weit weg. Oder? Sind sie hier? Kommen sie da hin? Oh, nö. Das ist ein bisschen zu weit weg. Aber vielleicht könnte ich das Gebäude einfach nochmal umsetzen. Macht die Pirate denn so nah? Hm. Interessant. Jetzt traut er sich doch ran. So, ich war mal dreist und hab einfach mal die Polizeiwache umgesetzt. Bin ich auch so oft. Ich muss ja natürlich erst mal wieder neue Kräfte generieren. Und ich glaube, ich brauche noch mal eine Polizeistation. Kostet ja nur ein bisschen Unterhalt. Setz dich wieder hier hin. Habt ihr nicht so. Los, Polizei, schneller. Ich glaube, die Anzeige ist buggy. Wenn ich auf die Polizei klicke. Normalerweise steht doch da immer, wie lange das noch dauert, bis sie ausgebildet ist. Das Feld ist einfach nur leer. Ach, jetzt ist es fertig. Mobilisieren. Nun denn. Haltet eures Amtes und schlagt den Aufstand nieder. Warum hab ich hier denn jetzt einen Platz für uns? So. Dann wollen wir uns versuchen. Jetzt gehen nämlich die werten Herren noch weitere zum Streik anstiften. Und das wollen wir ja nicht. Okay. Gut. Kommen jetzt die Kanonen eigentlich? Sind sie da schon drauf auf dem Schiff? Mehr als bereit. Das fährt weg. Hm. Das kommt. Ah, da sind die Kanonen unterwegs. Ja. Dann wird es ja bald demnächst Zeit, dass wir da auch noch ein bisschen was brauchen. Und Leute, ich kann euch jetzt schon sagen, in der nächsten Folge, da wird es rund gehen. Da werden wir einreiten. Da geht es dann in die neue Welt und dann versuche ich mir die mittlere Insel zu kapern. Ich denke, das wird geliehen. Ja. Das aber halt, wie gesagt, erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Runde wieder, wenn es heißt, ab in die neue Welt und aufräumen. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.